Sterb, boah, das ist ja echt, eigentlich nur mal feierlich. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Noch einer? Ich warte, ich fange euch auch gerne aus der Luft ab. Scheiß Pärsche. So, jetzt heile ich mich noch, und dann kann ich dann 6-2 heilen. Boah. Fühle mich wieder gut. Umgebungseinheit platzieren. Platzierer Fall. Fühle mich schon besser. Fertig Team. Oh man. Es war sooo klar. Genehmigen Sie sich etwas Bagta. Vergessen Sie es, Sir. Hecken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Kacke, 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 kacke. Ja, euer Boss ist schwer verletzt, weil euer Boss sieht weniger aus wie ihr. 07 geht nach. 4-4-0. Zugriffsversuch erfolgreich. Exzellenter Schuster. Runter kommen Sie alle. Exel eliminiert. Heckt. Fertig. Pau. Auf 6 Uhr, Boss. Enten am Boden. Okay. Das mache ich. 7, 6, 5, 4 Sammler Troider. 4, 3, 2, 1 und gehackt. Weiter geht's. Kontrollpunkt wird gespeichert. Sehr gut. Na, wie gefällt der das? 2, 3 ist. Direkt vor Ihnen. Die Woogies konnten bis jetzt nicht zu Ihnen vorrücken. Sie sind noch in der Höhepunkt angewiesen. Alter, 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 Alter. Da vorn sind Druidikas Deltas. Deltas, Panzerbrechende Munition da. Gute Taktik, Sir. Boah, ist das Ding immer noch nicht da und... Ja, 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 ja. Wirklich erst wenn hier safe ist, dann... Dann können wir. Oh, 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 oh... Ey, die ZZ sind aber auch alles da drauf, dass wir hier nicht durchkommen. Moment, Sir, ich muss erst den Bastard attacken. Unterstütze Delta Leader. Oh man, also heute ist echt nicht mein Tag. Wenigstens bin ich so gestorben damit. 6-2 in Sicherheit ist. Nein, nein. Momentchen mal. Da nimmst du das und du nimmst das. Hey hier kleine Überraschung für euch. Mal wieder. Präzisionsschuss einleiten Delta. Mache Waffe bereit. Ich brauche Hilfe. Alter, der geht mir so derbe auf den Piss. Ich muss auch mal gesagt werden, dass ich mit dem Gegner einfach mal so richtig schön aufs Schwein gehen muss. Ich bin bei 7, keine Sorge, bin gleich wieder da. Wie gefällt dir das, ne? Scheiße, war ohne Kopf so rumzulaufen. Nein. Boah. Ne, ich dann hier nicht. Also der ist jetzt echt mal sehr schön. Machen wir weiter. Neutralisiert. 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 Föderationsschuss. Föderationsschuss. Neutralisiert. Ach Gott sei Dank, ey, ich hab gedacht das ist schon wieder so ein scheiß Bug. Mannöverabbrechen Delta. VIB. Okay, alles klar. Wie. 07 geht in Deckung. Los. Na, ich hatte keine Granaten mehr. Dann brechen wir auch. Er ist hier irgendwo da. Er ist hier. Ja. Rando exterminiert. Einer weniger, Kommando. Die aufbrechen, los. Ei, ei. Detonator ist scharf. Gesichert. So. Und Granaten. Ich bin im Himmel. Oh. So. Anscheinend. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Oh. Vagta verabreicht. Oh. 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 Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ich mache jetzt weiter. Detonator platziert. Gesichert. Achtung. Ach. Tarfur. Los, los, los. Komm. Tarfur. Komm schon. Ich meine. Das tat weh. So. Noch einer. Ganz ehrlich, langsam könnte ich hier nicht mal. Und ich bin noch nicht kampfbereit. Oh man. Okay. Und weiter geht's. Bin einsatzbereit, Delta. 6-2 ist kampfbereit. Schlitzen. So. Wohin müssen wir denn überhaupt? Okay. Alles klar. Oh, servus. So. So. So.